Musik Profitieren Sie von 40 Jahren Erfahrung. Verschönern Sie Ihr Leben durch eine Verjüngungskur von Astrid Hüller. Kosmetik, Shiatsu, Akupressur, Permanent Make-up und Ernährungsberatung. Ich freue mich auf Sie in der Inselstraße in Remscheid. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, es ist wieder eine Menge los am Allee-Center Remscheid und das Weihnachtet sehr. Das Aktionsprogramm ist prall gefüllt und so hatten wir heute eine sehr erfolgreiche Aktion mit Radio RSG. Hier haben die Reporter von Radio RSG Geschenke für den guten Zweck eingepackt. Ich freue mich, dass wir jetzt zum zweiten Mal hier im Allee-Center sein dürfen mit unserer Aktion Lichtblicke. Wir packen Geschenke ein gegen kleine Spenden, verkaufen unseren Radiokrimi noch. Und mit der Aktion Lichtblicke helfen wir mittlerweile seit 15 Jahren schon Familien und Kindern, die in Not geraten sind in Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile der Spendenstand aktuell, ich habe eben mal geguckt, ist bei 600.000 Euro. Das ist natürlich schon eine Menge. Wir freuen uns aber noch, wenn mehr geht. Alle Infos gibt es auf radio-rsg.de. So, liebe Zuschauer von RS1 TV. Sollten Sie das passende Geschenk immer noch nicht gefunden haben, dann empfehle ich Ihnen unser Mitternachtshopping am 21. Dezember. Von 9 bis 24 Uhr haben an diesem Tag alle Geschäfte für Sie geöffnet. Sie können in Ruhe nach dem passenden Geschenk suchen. Und sollten Sie dennoch nicht das passende finden, so empfehle ich Ihnen unseren Center-Gutschein. Denn so kann sich der Beschenkte im Nachhinein selber aussuchen, wo er den Gutschein einlösen möchte. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich wünsche Ihnen den Gutschein.